Hallo an Tag 16 unseres Adventskalenders. Heute geht es um Ruhe. Ehrlich, Ruhe können wir alle gebrauchen. Ich auch. Sich die Zeit zu nehmen, mal Ruhe zu genießen. Wer macht denn das heute noch? Denken Sie mal drüber nach, wann hatten Sie denn mal eine echte ruhige Minute? Wann haben Sie sich einfach mal hingesetzt und nichts getan? Also ich meine wirklich nichts. Nicht reden, nichts hören, nichts gucken, nichts lesen. Beim Denken wird es schwierig, das können wir nicht immer ausschalten. Aber einfach mal nur sein. Einfach mal nur sitzen, nichts tun. Ich gönne Ihnen jetzt heute mal einen Moment der Ruhe. Ist das nicht himmlisch, diese Ruhe? Und wie wohltuend sie ist. Wir sollten uns viel mehr dieser ruhigen Phasen gönnen, gerade in dieser hektischen Welt und dieser hektischen Zeit im Moment. Und vor Weihnachten haben wir alle genügend zu tun. Es ist übrigens kein Luxus. Es ist eine Selbstverständlichkeit, sich Ruhe zu nehmen. Dann kann man wieder Kraft schöpfen und ist fit für das, was dann kommt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen heute ein paar ruhige Minuten und dass Sie vielleicht schaffen, ab heute jeden Tag sich fünf Minuten hinzusetzen und sind einfach still und machen einfach gar nichts. Einen wunderschönen und ruhigen Tag wünsche ich und bis morgen. Tschüss!